jetzt hier im flughafen hier nach australien fliegen ist kotze übel scheiße man ich habe totalen horror vor dem flieger muss aber wegen der scheiß kohle ins schungelcamp kommt alles hoch und wenn ich an die ganzen prüfungen denke ich komme keiner mehr vom klo weg hier mal das ist total hier laufen kann man auch nicht nach australien glaube ich ich weiß nicht genau vielleicht mal probieren